Okay Leute, ich gebe ja zu, ich fische gerade nach Themen. Gestern saß ich so zu Hause rum und hab mir überlegt, welches Thema ich heute als Video raushau und mir ist zum ersten Mal seit Erstellung des Kanals nicht direkt was eingefallen. Beschwer ich mich wieder über SBMM mit COD? Schon getan. Rede ich über dumme Gaming-Mythen? Schon erledigt. Review ich Stellar Blade? Da hab ich beim Zocken nie genug Blut im Kopf, um das auch vernünftig durchzuziehen. Also hab ich Dr. Google gefragt. Was bedeutet mein Husten? Sie haben Krebs. Aber ich hab nur ein bisschen Halsweh. Das ist der Krebs. Äh, Krebs. Und dabei bin ich quasi eine Internet-Rabbit-Hole runtergefallen, von Gaming-Fails bis gefloppten Gaming-Tattoos, die ich heute mit euch teilen möchte und vielleicht sind für euch auch ein paar Lacher mit dabei. Und weil ich ja selbst so Gaming-Tattoos habe und schon immer mein Bizeps in die Kamera halten wollte, ich hab übrigens da ein Licht und dann ist da ein Licht und zusammen ergeben sie dieses wunderschön spontan aufgenommene Bild hier gerade. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr alle Tattoos von mir erkennt. Auf jeden Fall bin ich auf meiner Suche auf ein paar Gaming-Tattoo-Fails gestoßen, die ich mit euch teilen möchte und wir fangen an mit einem Gott. Oh mein Gott, dieses Tattoo, ey. Stellt euch vor, ihr seid jemand, der God of War nicht kennt. Und dann kommt da jemand daher und erzählt euch, wie Kratos alle griechischen und nordischen Gottheiten quasi vernichtet. Von Zeus bis Thor wird alles platt gemacht. Und diese Person hat dieses Tattoo. Dieser Typ hier besiegt die alle. Das hier ist die pure Definition von männlichem, gottesvernichtenden Kratos. Äh, my eyes, my eyes, my eyes, my eyes. Also man kann ja Spongebob-Fan sein, aber WTF, was ist das? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, dieses Tattoo ist vielleicht nicht so krass schlecht gestochen wie die vorherigen beiden. Aber das am Hals ist vielleicht nicht optimal. Es gibt durchaus schöne Tattoos am Hals. Kann man machen, wenn man Tattoos wirklich mag. Aber dieses Motiv am Hals, äh. Okay, also die Idee an sich muss man ja loben. Boah, ich kann glaube ich noch ewig damit weitermachen. Aber ich möchte nicht das gesamte Video mit Gaming-Tattoo-Fails verbringen. Vor allem macht mich das ein bisschen traurig, weil es ja doch so schöne Gaming-Tattoos gibt. Aber auf meiner Reise durch das Internet bin ich auch auf ein paar Gaming-Marketing-Fails gestoßen und drei davon fand ich ziemlich krass. Frage an euch. Stellt euch mal vor, ihr seid für das Marketing eines neuen Resident Evil-Ties verantwortlich und müsst ein cooles Event auf die Beine stellen. Was fällt euch da ein? Vielleicht eine Geisterbahn? Oder ein Horror-Escape-Room? Oder vielleicht Demo-Spielen, während Zombies um euch rumlaufen? Alles coole Ideen fürs Marketing, aber das Team für Resident Evil 6 in der UK dachte sich, wie wäre es, wir machen einen Metzgerladen auf und lassen das Fleisch dort so aussehen, als wären es menschliche Körperteile? Ich zeige euch das jetzt nicht, weil die Fleischreplikate ziemlich echt aussahen, was nicht ganz so appetitlich ist, wenn man Fleisch kaufen möchte. Naja, die Einnahmen gingen immerhin an einen guten Zweck. An welchen guten Zweck, fragst du dich jetzt vielleicht? Also wenn du dieses Stück Fleisch kaufst, was aussieht wie eine menschliche Hand, dann spendest du damit Geld an Leute, die Gliedmaßen verloren haben. Man kann sich das nicht ausdenken, wie makaber kann man sein, ohne es zu merken. Das Einzige, was meiner Meinung nach das noch toppt, ist die Promotion der weißen PSP. Erinnert ihr euch noch an die PSP, die PlayStation Portable? War eine coole Zeit, erschien zuerst in schwarz, dann in weiß. Die dänische Kampagne dachte sich, für die weiße PSP zeigen wir eine komplett weiße Frau, wie sie eine schwarze Frau physisch dominiert. Ähm, excuse me, what the fu- Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Selbst wenn man dem dänischen Team nicht direkt Rassismus vorwerfen möchte, weil sie in einer Traumwelt leben, wo es diesen nicht gibt, dann macht es dennoch keinen Sinn. Die Message hier ist scheinbar, weiß ist besser als schwarz? Erneut, nenn mir mal kurz so tun, als würde es Rassismus nicht geben. Willst du doch trotzdem den treuen Käufern der schwarzen Edition nicht sagen, dass ihre PSP nicht so toll ist wie die neue. Also rein marketingtechnisch. Aber jetzt begeben wir uns mal kurz wieder in die reale Welt, wo es Rassismus leider gibt und Excuse me, what the fu- Das ist aber nicht das erste Mal, dass Sony kuriose Marketing-Phase liefert. Da gab es noch diese eine Party, als God of War 2 erschien. Kratos war damals ein etwas anderer Charakter und um das zu promoten, dachte sich Sony, sie schmeißen eine Party in Griechenland. Mit oberkörperfreien Frauen. Gut, das kann man jetzt beurteilen, wie man möchte, ist auch eine ganz andere Diskussion. Aber hier eine kurze Triggerwarnung. Falls ihr gerade am Essen sein solltet, solltet ihr vielleicht auf diese Marke springen oder kurz pausieren. On top gab es auf dieser Party noch eine geköpfte Ziege. Mitten im Raum. Die wurde von einem naheliegenden Metzger gekauft. Dann wurde zudem Fleisch gekauft, gebraten und in die Ziege gesteckt, damit Gäste quasi in die Ziege durch den Kopf greifen konnten zum Essen. Ich sag's nochmal. Excuse me, what the fu- Okay, nach diesem Inhalt baue ich eine kurze Pause. Irgendwas, was mich wieder ein bisschen beruhigt. Uuuh. Brother, uuuh. Ohohohoho. Oh, oh, he did it. What? You have ever worn headphones. You might want to check your skull. Dude, the shaver's working like a champ. Dude, I have like an indent right here. This is where my headphones go. I have a fucking headphone indent in my head? This streamer's reaction created a trend of his friends and viewers checking themselves for headphone-dents. Some are worse than others. Ha, verarscht. Mach mal doch nicht die Haare ab. Okay, Leute, das war's mit diesem kleinen Spaß-Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Gaming-Unterhaltung und vielleicht hat euch das Video ja auch zum Lachen gebracht. Denkt dran, im Community-Tab könnt ihr gerade für das nächste Singleplayer-Spiel zum Streamen abstimmen und natürlich mir auch dann gerne auf Twitch folgen. Das war's von mir für heute. Lasst gerne ein Like und Abo da, dann sehen wir uns auch wieder. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.